Auf die Elefanten schauen, denn heute um 15 Uhr, also in weniger als 10 Minuten, treffen sich die Verhandlungspartner wieder in der sogenannten Großen Runde, diesmal in der SPD-Zentrale. Heute Mittag war ja bereits zum ersten Mal die sogenannte Kleine Runde, also der engeren Parteiführungen, zusammengekommen. Ich frage mal bei Gerd Joachim von Falois im Willy-Brandt-Haus, ist denn aus diesen Gesprächen, sprich der Kleinen Runde, schon irgendetwas nach außen gedrungen? Nein, weil die Herrschaften, die hier in das Willy-Brandt-Haus hineingegangen sind, auch nicht wieder herausgekommen sind. Und diese Kleine Runde, die war eine überraschende Kleine Runde, denn das waren nicht nur die drei Parteivorsitzenden und die drei Generalsekretäre, sondern auch die drei Fraktionsvorsitzenden. Ehrlich gesagt, so eine Runde hatte man vorher gar nicht vorgesehen. Wir waren alle ein bisschen überrascht. Und dazu sollten dann noch die AG-Vorsitzenden kommen vom Bereich Energie und Verkehr. Die kamen aber gar nicht dazu, denn die kamen hier reichlich spät an. Seit 14 Uhr hier im Willy-Brandt-Haus die Vorgespräche von CDU, CSU auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite. Und das werden wir dann auch nicht richtig mitbekommen. Um 15 Uhr eben der Zusammentritt hier zur vierten großen Runde. 75 Personen an einem Tisch. Und da wird dann alles auf den Tisch gelegt, was in über 56 Arbeitsgruppensitzungen schon Thema gewesen ist und was schon als Ergebnis vorliegen soll. Jedenfalls wollen wir nochmal zurückgucken auf heute, kurz vor 12 Uhr. Da kam die Bundeskanzlerin hier an. Und die Bundeskanzlerin wurde natürlich von Sigmar Gabriel begrüßt. Sigmar Gabriel, der SPD-Parteivorsitzende, der ja heute sich auch noch dem, diese Woche auch noch sich dem Parteitag stellen muss. Und ich sehe diese oftmals nicht. Ich hoffe, wir können sie jetzt mal einspielen. Genau, da sehen wir sie. Angela Merkel hat gesagt hier bei der Ankunft, wir werden Schritt für Schritt vorankommen. Und Sigmar Gabriel zeigte sich auch optimistisch. Denn offensichtlich gibt es ein bisschen Unruhe in der Bevölkerung. 50 Tage nach der Wahl gibt es immer noch keine Koalition, keine Ergebnisse. Und da gibt es offensichtlich in vielen Teilen der Bevölkerung die Unruhe. Warum kommen die denn nicht mal langsam zu Potte? Aber ganz ehrlich, so eine Regierungsbildung ist eine schwierige Geschichte. Was man festhalten kann als Journalist ist höchstens, dass man sich auf vielen kleinen Feldern bisher betätigt hat. Die wirklich großen Brocken sind noch gar nicht weggeräumt worden. Das liegt aber auch ein bisschen an der Psychologie von so einer Koalitionsverhandlung. Denn zusätzlich erschwerend kommt ja noch hinzu, dass sowohl die SPD diese Woche wie auch die CSU kommende Woche noch einen Parteitag haben. Das ist ein bisschen schwierig natürlich für diejenigen, die diesen Parteitag bestreiten müssen. Jedenfalls werden die dicken Brocken, das war aber immer schon so, erst am Schluss und dann voraussichtlich zwischen den drei Parteivorsitzenden gelöst werden. Dennoch wurde in den letzten Tagen ja sehr viel diskutiert über die PKW-Maut. Das Lieblingssteckenpferd der CSU und der Bereich Verkehr, der ist eigentlich abgeräumt. Die Sitzungen sind fertig. Man ist im Grunde genommen fertig bis auf diese PKW-Maut. Und die SPD hat am Freitag der Union, in dem Fall der CSU, 30 Fragen mit auf den Weg gegeben. Diese 30 Fragen sollen morgen in der letzten Sitzung dieser Arbeitsgruppe beantwortet werden. Aber offensichtlich will man heute auch in großer Runde schon einmal über die PKW-Maut sprechen. Das eigentliche Top-Thema heute hier ist die Energie. Aber weil wir gerade so schön bei der PKW-Maut sind, da gab es auch gegen Mittag eine Meldung aus dem Verkehrsministerium. Und da wurde gesagt, also es ist eine völlig fehlerhafte Vorstellung auch von uns Journalisten, zu glauben, dass zwischen CDU, CSU und SPD hier die PKW-Maut so beraten wird, dass ein fertiges Gesetz auf dem Tisch liegt. Sondern es wird der Wille zu einer PKW-Maut am Schluss in diesem Vertrag stehen. Das ist zumindest der Wille der CSU. Die SPD und auch die CDU sehen das ja so ein bisschen anders. Da muss also Horst Seehofer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Und sein Bundesverkehrsminister, Peter Ramsauer. Und mit dem wollen wir auch anfangen. Natürlich hat nämlich der eine oder andere Politiker, der hier heute reingegangen ist, zu uns wartenden Journalisten ein Statement abgegeben. Und wir haben ihn das Ganze einmal ein bisschen zusammengefasst. Der erste ist Peter Ramsauer. Die SPD meint, dass von unseren Mautvorschlägen jeder zweite deutsche Autofahrer negativ betroffen wäre. Diese Behauptung ist ungefähr genauso intelligent, als würden wir behaupten, dass durch den SPD-Mindestlohn jeder zweite Arbeitsplatz gefährdet sei. Beides können Sie selbst beurteilen. Ich glaube, das wird heute eine ganz gute Sitzung. Wir sind im Energiebereich vorangekommen. Wenn wir das, was wir besprochen haben, gemeinsam umsetzen, dann kommt die Energiewende in ruhigeres Fahrwasser und die Dynamik beim Preis- und Kostenanstieg wird gebrochen. Entscheidend ist, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht. Für uns kommt darauf an, dass wir bei den strittigen Punkten genau wissen, welche Kostenimplikationen mit dieser oder jener Lösung verbunden sind. Denn wir wollen, dass die Energiewende berechenbarer und bezahlbarer wird. Und aus diesem Grund werden wir nichts übers Knie brechen, sondern alles der Reihe nach prüfen und dann entscheiden. Sie wissen, wir haben bestimmte Vorstellungen zur Frauenquote. Wir brauchen eine feste und eine gesetzliche Regelung. Ohne das geht es nicht. Und das wird jetzt kommen. Alles, was ausgabewirksam ist, was finanzwirksam ist, das wissen Sie, das kommt auf die sogenannte F-Liste. Und dazu zählt natürlich auch der Vorschlag, eine Stromsteuer zu senken. Und über diese Maßnahmen wird dann in der Summe verhandelt. Aber da wird am Schluss verhandelt. Für uns ist klar, die Pkw-Maut wird kommen. Wir brauchen diese Mehrgerechtigkeit auf deutschen Straßen, dass bei der Infrastruktur die Ausländer auch endlich mitbezahlen. Die Pkw-Maut wird europarechtlich ausgestaltet. Es wird keine Mehrbelastung für deutsche Autofahrer geben. Und Ausländer werden endlich mitfinanzieren an der deutschen Infrastruktur. Wir werden die Energiewende konsequent vorantreiben. Und die Klimaschutzziele, die stehen nicht gegen das, was wir wollen. Aber wir wollen auch, dass die Strompreise im Griff bleiben. Das heißt für uns, es muss mal Planungssicherheit geben. Darauf sind insbesondere die Anbieter auch von erneuerbarer Energie angewiesen. Planungssicherheit nützt den Klimawandel. Und darum geht es und nicht um das Zurückdrehen der Klimaschutzziele. Wir werden im Bereich zum Beispiel des Wohnungsbaus ein Programm wiederhaben zur sozialen Stadt. Das hat die SPD immer wichtig gefunden. Aber auch eine Mietpreisbremse wird hier heute verhandelt. Das war uns auch sehr wichtig. Und insgesamt mehr Investitionen in den Erhalt von Straßen. Und, was jemand, der vom Rhein ist, wichtig ist, Bahnlärmbekämpfung. Also auch Lärmschutz bei Schiene, aber auch bei Flugverkehr. Also gerade im verkehrs- und wohnungspolitischen Bereich werden wir hier einige Ergebnisse heute sicher haben, die positiv sind. Und nicht zuletzt, was die Energiewende angeht. Wir wollen einen konsequenzen Umstieg in erneuerbare Energien. Die muss aber auch so gestaltet sein, dass die Strompreise nicht in den Himmel wachsen. Beides muss ausbalanciert werden. Darüber wird es auch heute sicherlich eine Grundeinigung geben. Herr Dobrindt soll erst mal erklären, wie er es schafft, eine PKW-Maut hinzubringen, die nicht dazu führt, dass mehr als 50 Prozent der deutschen Autofahrer, und ich meine der deutschen Autofahrer, mehr bezahlen am Ende. Bisher haben wir noch keine überzeugende Konzeption auf dem Tisch. Das ist die Bringschuld der CSU, die die PKW unbedingt haben möchte. Wir haben von der Arbeitsgruppe Wirtschaft, der Kollege Heil und ich, uns abschließend jetzt auf ein Papier geeinigt. Wir haben den Schwerpunkt auf die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft gelegt. Wir haben Herausforderungen identifiziert und auch die Maßnahmen, die wir meinen. Finanzwirksam haben wir uns jetzt auf zwei wesentliche Punkte geeinigt. Das eine ist Breitbandausbau, wo wir meinen, dass wir ohne staatliche Unterstützung die flächendeckende Versorgung nicht gewährleisten können. Zusätzlich brauchen wir auch noch regulatorische Maßnahmen auf der europäischen und auf der Netzbetreiber-Ebene natürlich. Und der zweite Punkt ist der Einstieg in die steuerliche Forschungsförderung, F&E. Und da wollen wir einen weiteren Schwerpunkt setzen. Das sind die zwei Punkte. Wir werden es heute abschließend an unsere Vorsitzenden weiterleiten. Und damit hat die Arbeitsgruppe Wirtschaft erstmal sozusagen einen Abschluss gefunden. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute als Arbeitsgruppe Wirtschaft unsere Arbeitsergebnisse an die Parteivorsitzenden übermitteln können. Ich glaube, dass die Vorschläge, die wir gemeinsam erarbeitet haben, die richtigen sind für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir wollen, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleibt und eine starke Binnennachfrage und starke Investitionen im Inland hat. Wir haben unsere Vorschläge auf das Machbare konzentriert. Das betrifft vor allen Dingen den Ausbau der Infrastruktur für Breitband. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Deutschland den Anschluss nicht verliert, dass wir die Chancen nutzen, die eine digitale Infrastruktur bietet zur Bonalisierung unserer Industrie, damit wir auch noch in Zukunft wettbewerbsfähig und wirtschaftlich erfolgreich sind. Und wir wollen Innovationen fördern durch einen Einstieg. Die Beton liegt auf Einstieg in die steuerliche Forschungsförderung. Wir haben umfassende Vorschläge gemacht, aber wir haben uns darauf konzentriert, dass das Ganze auch finanziert werden kann. Und wir setzen in diesen beiden Bereichen unseren Schwerpunkt. Das werden wir heute, wie gesagt, den Parteivorsitzenden übermitteln. Und in der Arbeitsgruppe reden wir heute vor allen Dingen über Energiepolitik. Genau. Wir nennen jetzt keine Zahlen, wir nennen keine Zahlen, sondern wir haben nur gesagt, es gibt eine Wirtschaftlichkeitslücke auf den letzten Metern. Wie groß die dann sein wird, das werden wir noch genauer eruieren. Aber es wird wohl auf den letzten Metern nicht ohne Unterstützung gehen, wenn man eine flächendeckende Versorgung aus Wirtschaftlichkeitsgründen, aber auch aus Wettbewerbsfähigkeitsgründen realisieren will. Für uns ist wichtig, deutlich zu machen, dass die Ziele zum Breitbandausbau, die ja bisher die Bundesregierung auch schon propagiert haben, bis 2018 flächendeckend hohe Bandbreiten zu ermöglichen, tatsächlich ohne ein stärkeres öffentliches Engagement nicht zu leisten sein wird. Der Fokus liegt auf privaten Investitionen. Wir wollen mit öffentlichem Geld ein Vielfaches an privaten Mitteln mobilisieren, damit wir den Ausbau dieser wichtigen Infrastruktur in Deutschland auch umsetzen können. Ja, die beiden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Wirtschaft sind heute etwas defensiver geworden. Vielleicht erinnern Sie sich, in der vergangenen Woche haben Sie ja Pläne im Umfang von 15 Milliarden Euro vorgelegt und wurden dann zurückgepfiffen. Heute also der Breitbandausbau noch vor einer Woche jährlich mit einer Milliarde eingestellt. Das wird jetzt nicht mehr thematisiert. Aber am Ende wird man nicht drumherum kommen, diese berühmte F-Liste, diese Finanzierung der einzelnen Vorhaben dann doch durchzurechnen. Das bleibt dann sicherlich aber der AG Finanzen vorbehalten. Soweit sind wir noch nicht. Eine Information des heutigen Tages lautet auch noch, dass eines der Knackthemen, nämlich Mindestlohn, kommenden Dienstag in der nächsten großen Runde dann verhackstückt werden soll. Ja, und heute hier hinter mir eines der Hauptthemen natürlich die Energie. Der Ökostrom soll billiger werden dadurch, dass er verringert wird. Und die Frage, welche Ausnahmen es bei Industrieunternehmen geben soll, die soll auch diskutiert werden. Da war ja in der vergangenen Woche eine Liste durchgesickert mit verschiedenen Industriezweigen. Eine Milliarde wollte man darüber sparen. Da gab es gleich wieder einen Aufschrei. Also, die Koalition nähert sich jetzt konkreteren Beschlüssen. Und dann wird es sicherlich auch nicht nur bei der Opposition im Deutschen Bundestag viele Widerstände geben bei den Betroffenen. Wir nähern uns also jetzt langsam tatsächlich den Beschlüssen. Bis zum 27. November abends soll alles abgeschlossen sein. Dann entscheidet die SPD-Basis. Und am 17. Dezember soll Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Das ist der Zeitplan. Und zunächst heißt es aber hier für die Koalitionäre, die künftigen heftig weiterzuarbeiten. Und für Sigmar Gabriel heißt es, diese Woche ab Donnerstag in Leipzig beim Parteitag seiner Genossen zu bestehen. Und damit zurück in unser Studio nach Bonn.